Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die Forderungen des Investment-Strategen der Credit Suisse, Sultan Pozza. Er forderte die amerikanische Notenbank dazu auf, radikaler gegen die Inflation vorzugehen. Dies sei laut den Ansichten des Analysten nur möglich, indem ein heftiger Crash herbeigeführt werde. Wenn ihr alle Details erfahren wollt, dann bleibt dran! Der einflussreiche Wall-Street-Analyst Sultan Pozza machte kürzlich auf sich aufmerksam, indem er die amerikanische Notenbank ausdrücklich aufforderte die Finanzmärkte endlich crashen zu lassen um die Inflation zu verringern. Gerade in der aktuellen Situation und in Anbetracht der Herausforderung vor denen die Zentralbanken stehen, ist es äußerst interessant die folgenden Aussagen von einem ehemaligen FED-Berater zu hören. Sultan Pozza ist seit 2015 Investment-Stratege bei der Credit Suisse und war zuvor leitender Berater bei der Federal Reserve. Die Aussagen des Analysten über die aktuellen Entwicklungen sind unter anderem so interessant, weil er bereits die schweren Verwerfungen am US-Repo-Markt im Jahr 2019 richtig vorhergesagt hatte und weil er als Ex-Berater der FED genau weiß, wie die dortige Geldpolitik abläuft. In seiner neuesten Mitteilung an seine Kunden schrieb der Analyst, dass die Federal Reserve einen radikalen Kurs einschlagen müsse, um die Inflation zu senken. Laut Pozza müsse die FED die Volatilität anheizen, um Korrekturen bei Vermögenswerten wie Aktien, Häusern und Bitcoin herbeizuführen. Darüber hinaus könne man mit diesem Schritt auch verhindern, dass sich viele Menschen dazu entscheiden früher in Rente zu gehen und stattdessen die Menschen in den Arbeitsmarkt zu treiben. Mit seiner Aufforderung erinnert er dabei an den ehemaligen FED-Chef Paul Folker. Zitat Volatilität ist der beste Polizist der Risikobereitschaft und der Risikoanlagen. Wir brauchen einen Wohlkermoment, wobei Voal für Volatilität steht. Zitat Ende Der ehemalige Federal Reserve-Boss Paul Folker wurde 1979 zum Chef der FED ernannt und ging noch im selben Jahr rigoros gegen die damalige Inflation vor. Denn als die Inflation in jenem Jahr 13% erreichte, erhöhte Volker den Leitzins um 11%, auf heute kaum vorstellbare 20%, und nahm dafür eine schwere Wirtschaftskrise in Kauf. Infolgedessen verloren Millionen Amerikaner ihre Arbeit, und die Arbeitslosenquote erreichte mehr als 10%. Die FAZ schrieb hierzu folgendes. Zitat Die Geldpolitik führte zu schweren Protesten, weil sich infolge hohe Zinsen die Kredite verteuerten. Vor allem Bauunternehmen, Immobilienbesitzer und Landwirte litten unter der restriktiven Geldpolitik. Bauern blockierten mit Treckern die Hauptstadt Washington, um gegen Volker zu demonstrieren. Verzweifelte Hausbesitzer schickten Kanthölzer an die FED. Volker obsiegte an der Inflationsfront. Im Jahr 1982 sank die Inflation auf 6%, 1983 halbierte sie sich noch einmal. Der hochgewachsene knorrige Mann hatte sich durchgesetzt, dabei waren die politischen Widerstände auch damals nicht gering. Im Kongress kursierten Überlegungen die Unabhängigkeit der Zentralbank einzuschränken, um ein vergleichbares Blutbad so die damalige Wortwahl zu verhindern. Auch aus dem Weißen Haus in dem damals Ronald Reagan regierte, kam scharfe Kritik. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Laut Potza habe die FED in der Vergangenheit im Kampf gegen die Inflation immer die Zinsen erhöht, um auf diese Weise eine Rezession herbeizuführen. Während der Rezession haben die Unternehmen und Bürger dann weniger Geld zur Verfügung, sodass die Nachfrage nach Gütern sinkt und somit auch die Preise drückt. Doch ein solches Vorgehen ist nach Ansicht von Potza in der aktuellen Situation unmöglich, weil von der FED heute nicht nur erwartet wird für Preisstabilität zu sorgen, sondern auch die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der große Unterschied besteht laut dem Analysten also darin, dass bei den Maßnahmen der FED darauf geachtet werden sollte, dass genügend Arbeitskräfte dem Markt zur Verfügung stehen, um auch die Nachfrage stabil zu halten. Im Gegenzug müsse eine langsame Inflation der Dienstleistungen herbeigeführt werden. Um dies zu erreichen müssen laut Potza nicht die FED-Funds, sondern die langfristigen Renditen erhöht werden, um die Vermögenspreise zu senken. Die erwarteten Zinserhöhungen seien demnach nicht hoch genug. Vielmehr müssten die Hypothekenzinsen steigen und die Hauspreise stagnieren oder sogar sinken. Um die Inflation bei allen anderen Dienstleistungen, die durch einen Mangel an Arbeitskräften verursacht werden, zu bremsen, brauche man zudem ein größeres Angebot an Arbeitskräften und nicht eine geringere Nachfrage durch eine Rezession. Die aktuell bestehende Inflation aufgrund von Lieferengpässen und Materialverknappungen wird laut Potza wenn überhaupt nur langsam wieder zurückgehen. Hier hat die FED keinerlei Einfluss. Im Detail schrieb er folgendes. Zitat Sie wissen, dass Sie keine Kontrolle über die Güterpreise haben, es sei denn Sie dämpfen die Nachfrage durch eine Rezession. Was angesichts Ihres aktualisierten Mandats keine Option ist. Aber Sie wissen auch, dass Sie die Dienstleistungsinflation sehr gut kontrollieren können, die im Gegensatz zur wahren Inflation hauptsächlich von inländischen nominalen Faktoren abhängt. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Dabei sollte die FED den Finanzmärkten enorme Volatilitätsschüsse zufügen, um die Risikoprämien in die Höhe zu treiben. Auch die Politik-Pressekonferenzen sollte es laut dem Analysten nicht mehr geben, und zehnjährige Anleihen im Wert von 50 Milliarden Dollar sollten ohne Vorwarnung einfach verkauft werden. Altersvorsorge-neu-gedacht.de schrieb hierzu. Zitat Die Art und Weise, wie der Wallstreet-Analyst das Arbeitsangebot erhöhen will, ist für seine Kollegen sicherlich schockierend. Denn Potza empfiehlt niedrigere Vermögenspreise, mit anderen Worten einen Crash auf den Finanzmärkten. Wenn die jungen Menschen, die sich reich an Bitcoin fühlen, weniger geneigt sind zu arbeiten, und die alten Menschen früh in die Rente gehen wollen, weil sie sich reich fühlen, so sinkt die Erwerbsbeteiligung zum Nachteil der realen Wachstumsaussichten. Zitat Ende Dabei scheint es für Potza ganz simpel zu sein. Mit dem Crash der Vermögenswerte sind die Reichen plötzlich weniger reich. Die Menschen werden sparsamer und arbeiten mehr, sodass die Inflation wieder sinkt. Potza gibt zu, dass sein Vorschlag extrem sei. Dennoch geht er davon aus, dass die Federal Reserve einen entsprechenden Mechanismus zur Beschränkung der Inflation tatsächlich zukünftig in dieser Art und Weise zulassen wird, weil es eben keinen anderen Ausweg gebe. Ohne Zweifel würde es bei einem Crash viele Verlierer geben. Doch Potza rechtfertigt dies wie folgt. Zitat Die Entscheidungen der Zentralbanker sind immer umverteilend. Jahrzehntelang ging die Umverteilung von der Arbeit zum Kapital. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit den umgekehrten Weg einzuschlagen. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Liegt der Investmentstratege der Credit Suisse, Soltan Potza mit seinen Einschätzungen richtig? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience